Oh, ist das geil! Und da sagt einer, COC macht keinen Spaß, Alter! Guten Tag, die Zeit ohne den Gusua hat ein Ende. Also, jetzt geht's wieder los. Also, nein, ich hatte nicht irgendwie keinen Bock, sondern ich hab's halt wirklich zeitlich nicht hinbekommen. Das heißt, hatte ich ja in dem letzten und vorletzten Video dann einfach angekündigt, dass die Tage, an denen ich aufnehme, sich halt dann mit den Tagen halt überschneiden, dass ich da halt, ja, nicht aufnehmen kann. Jetzt hab ich grad noch eine Anfrage gemacht für den CW. Mir fehlen auch noch ein paar Truppen. Da würde theoretisch eine Valkyre noch reingehen. Dann, nee, Blödsinn, da würden zwei rein. Ja, genau, da würden zwei rein. Einwandfrei, super, passt. Einwandfrei, passt. Ich hab die ganzen Spells, ich habe nur noch keinen Erdbebenzauber in der CW. Und nebenbei hat sie natürlich bei mir auch was getan. Und zwar dachte ich mir, komm, hier, alle anderen werden jetzt sagen, oh man, was? Jetzt hat der erst 150 Kriegsterne. Ja, weil ich halt nie CW mitgemacht habe. Und ich kann es wirklich auch jedem nur empfehlen. Wirklich, auch wenn ihr viel zu tun habt oder irgendwie die Helden upgraden wollt, scheiß drauf, macht den CW mit. Also wirklich so krass, wie ich wirklich davor saß und dann in Anführungsstrichen, ich denke mal, die, denen es ähnlich geht, die haben genau dieses Feeling ebenfalls. Dass sie halt sagen, Alter, man hat irgendwie, nein, nicht Angst vor einem Angriff, kann man nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine, doch extrem viel Respekt. Und jetzt ist es wieder so, gut, okay, Mann, es ist halt nur ein Spiel, aber wirklich, man will es halt dann eben nicht verscheißeln, würde ich mal sagen. Ansonsten, ja, maurentechnisch läuft es halt auch bei mir. Also ich werde auch, denke ich mal, bald Townhold 10 anstoßen, weil halt dann wirklich langsam echt mal die Zeit dafür gekommen ist, auf jeden Fall. Ich haue hier nochmal kurz die Truppen rein, weil ich dann soweit zumindest schon mal was zum Spenden haben will. Im CW sind die Magier eigentlich eine ganz nette Truppe, finde ich. Ich habe das die ganze Zeit wirklich so ein bisschen vernachlässigt, habe nicht weiter drauf geschaut. Und habe gesehen, gut, okay, ich will ja mit den Valkyren angreifen, habe da ein paar Angriffe soweit gemacht und habe dann halt auch gemerkt, ja, klar, du kannst ja die Kombo so machen, dass du nicht vier Earthquake selber nimmst, sondern du nimmst drei Heals, drei Earthquake und forderst dann noch ein Earthquake an und dann passt das. So, jetzt gucken wir mal, ob hier, ja, genau, ich hätte nämlich auch gerne noch ein Earthquake, wäre natürlich eine nice Nummer. Gucken wir mal, der wird bestimmt gleich kommen. Ansonsten zeige ich euch mal ganz kurz, es sieht ganz gut aus für uns. Gegner hat 14 und wir haben 11 Versuche gehabt. Yeah, da haben wir unseren Earthquake bekommen. Vielen Dank. Und dann ist das lecker. So, jetzt sind wir ja in der Sache schon vorne. So, jetzt gucken wir mal, jetzt ist natürlich der Gegner aber trotzdem noch prozentual vorne und geht natürlich hier noch einiges. Guckt mal hier, also hier wurde, was ich auch ganz, ganz nice finde, also ich finde das nicht schlimm, oh, warum greift denn der 0,5er Fanclub jetzt noch nicht an? Nein, das ist doch vollkommen in Ordnung. Der hat da noch alles offen und kann dann eben, je nachdem, wo er drin ist, halt noch ausbessern und fertig. Also das finde ich gar nicht wild. Und das Ding hier, weil mir wird jetzt vorgeschlagen, okay, siebter, so, ich bin fünfter, wurde wieder nur, sage ich jetzt mal vorsichtig, getustert, also das passt. Von daher finde ich meine Base nicht so kacke. Und besonders natürlich geil, wenn sich mehrere die Zähne dran ausbeißen. Uns wird der siebte vorgeschlagen, muss ich aber ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt nicht so. Also klar könnte ich jetzt heimisch, still und leise sagen, ach, naja, gut, okay, hat ja keiner gesehen, ist ja nicht in einem Video. Aber ihr wisst ganz genau, auch wenn ich direkt in die Fresse bekomme, egal, ihr seht das und fertig. Da schäme ich mich nicht für, fertig. Den möchte ich nicht, den möchte ich jemand anderem lassen. Dann dachte ich mir, gut, okay, guckst du mal auf die 5. Ja, okay, der 5er wurde schon getustert. Und dann sehe ich, oh, der 4er, klar, Townhold 10, aber der wurde nicht mal gewonestert. Und ich gucke, okay, von Alexander, hm, okay, schaue ich mal rein. Von der Base her würde ich jetzt, nur mal so, was ich denke so, würde ich jetzt mit meinen Truppen erst mal probieren. Also das soll mein erster Angriff werden. Ich, haltet mir das nicht vor. Ich will da wirklich nur, nur uns da mal jetzt. Wie gesagt, alle, die jetzt so CW-mäßig total Hype sind und total, ja, wir reißen hier jeden weg, könnt ihr das Video ausmachen. Wirklich ist nicht schlimm, könnt ihr, dann ärgert ihr euch nicht für die verlorene Zeit. Alle anderen, die sagen, ah ja, gut, okay, ich kann das ja selber nicht so optimal und will halt nicht immer nur den Pros zu gucken, sondern sehe gerne mal dem Guzor zu, die sind natürlich herzlich eingeladen, die nächsten Minuten mit mir zu verbringen. Ich würde sagen, wenn ich das Town Hall snacken möchte, was so mein Ziel ist, dann würde ich sagen, werde ich dieses Compartment hier gar nicht erst aufbrechen, sondern werde halt wirklich, ich meine, theoretisch bräuchte man dafür nicht mal die Earthquakes, aber ich nehme die mit und würde dann gerne den Earthquake, ich sage jetzt mal, an so einer Stelle hier droppen, dass ich zusätzlich gleich noch so ein bisschen anderes Dev-Gebäude kalt machen kann, zumindest anhitten kann und dann mit den Magiern so ein bisschen hier aufräumen, dass dann die Valkyren reinlaufen. Na, ich würde fast sagen, ich glaube, ich gehe eher hier rein, dass die, wie gesagt, dass die Kanone halt noch was abbekommt, weil wenn ich hier reingehe, könnte die Gefahr sein, dass der, dass die Valkyren hier draußen rumrennen und das will ich absolut gar nicht. Renne ich zwar da gegen die Wand, ich habe auch gesehen, er hat einen Drago drin. Wir gucken uns das mal an. Wie gesagt, es ist kein CW Optimus, wie auch immer, Prime Dings. Ihr wisst, was ich meine. Also wirklich, macht euch gefasst drauf, dass ich auf die Schnauze bekomme. Fertig. So. Man könnte aber, jetzt ohne Scheiß, man könnte die Earthquakes echt anders verwenden. beziehungsweise ich bräuchte kein Earthquake und könnte dafür noch andere Truppen, weil man hier natürlich so super easy peasy reinkommt. Da haben wir eine Riesenbombe. Genau. Und das ist das Problem. So. Jetzt gehen natürlich Valkyren raus. So. Und draußen brauche ich die halt nicht. Die müssen halt definitiv reinrennen. Die kleinen Mäuze. Genau. Jetzt, die sind zwar auch stark gegen die Mauer, aber ist natürlich klar, zack, Ende. Also ich muss den Drago wegbekommen auf jeden Fall. Boah, aber ganz ehrlich, dann, dann nehme ich eher Mauerbrecher. So, jetzt bin ich ja gespannt. Er hat ja noch die Ability. Ja, aber das muss er jetzt gleich nehmen, klar. Ja, ja. Und jetzt, zack, Entfernung. Krass, Alter. Echt? Wollen wir Pokern? Scheiße, jetzt sind die Magie auch schon fertig. Oh, aber wenn ich die Base mir angucke, dann, dann muss ich sagen, dann bräuchte ich eigentlich nicht die Dings, die, den Earthquake. Aber, wenn wir den Earthquake so setzen, dass der Hauptfokus gar nicht jetzt auf der Mauer ist, sondern auf diesen drei Sachen, dann sollte das eigentlich splashen. hier, bam, 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 ein bisschen was schon mal gemacht, dann die Magier von hier, weil nach, wenn das Loch hier ist, werden die Walküren nicht noch außen rumlaufen. Hier kann man sich theoretisch sparen, aber jetzt kommt's. wenn die, wenn der Inferno auf fünf Ziele zeigt, dann könnten ja theoretisch die sechste und siebte Walküre geheilt werden. So, das heißt, das müsste eigentlich so gar nicht so verkehrt laufen. Wie gesagt, hier die Gefahr, klar, genial, ich könnte hier gleich runterlaufen und alles wäre schön. Möchte ich nicht, genau, ich hab den Drago noch, also, ich hab den Drago, mit dem ich, äh, den nicht bekämpfen muss. Ich bin der Meinung, wenn ich den Golem hier habe, genau, dann fängt der Inferno noch nicht an. Oh, ihr kennt das, ihr kennt das, fang ich jetzt an, fang ich jetzt an? Hat noch jemand was geschrieben? Wer on? Ja, ich bin on, aber, nochmal kurz reingucken, nochmal kurz reingucken, ich will sehen, also, er hat definitiv einen Drago drin, weiß ich. Drago und zwei Magier, okay, die kriege ich nicht wegge... ... ... ... sage ich jetzt mal, also, weil ich ja kein Gift habe. Ah, hier war natürlich auch sein Problem in dem Fall, dass er halt den Golem einfach hat sterben lassen. Ja, weil, Lucky, der Drache, der hätte da schon weg sein müssen. Holy moly, also, ich muss definitiv genügend Sachen haben, um das Ding rauszulocken, das Scheißteil. Oh, ich hab so... ... ... ... rein. Scheiß drauf. Ich habe... Earthquake habe ich genug. Walküren reichen. Ja, komm, scheiß drauf angreifen. Egal, who cares. So, wir placen hier, dass ich definitiv die Mauer treffe. Genau, ich hab die Mauer getroffen, ein Mann frei. Passt. Dann droppen wir den Golly, dass ich den nicht vergesse und der auch reinläuft. Und dann machen wir hier auch gleichzeitig mit den Magiern zu. Hoffe ich mal. So, ein Heal ist ein bisschen weit drinnen gedroppt, äh, weit draußen gedroppt, aber ich denke, das sollte passen. Draußen rumgelaufen ist soweit erstmal nichts. Heil, heil. Und jetzt sollte es im besten Fall so laufen, dass... Wo ist der King? Da ist der King. Genau, der muss jetzt definitiv hier tacklen. Schade, links rum haben die Walküren komplett verkeggelt, aber Townhall geht down 40%. Ich will noch nicht zu viel sagen. Ich will noch nicht sagen, oh, werden es 50? Glaube ich nämlich nicht. Ich halte mir noch den... Jetzt muss ich Ragen, also die Ability nutzen. Oh nein, Alter, knappe... Okay, wie gesagt, ihr könnt mich schlagen, ihr könnt sagen, äh, du bist so ein Idiot, aber schade, klar, aber wir gucken noch mal rein, sag ich jetzt mal, ähm, finde ich war okay, kein Problem, so, die haben nur Level 1, so, in Ordnung. Also erstens, ich hab natürlich dann schon einem weiter oben was abgenommen, in Anführungsstrichen, besser als zu sagen, ja gut, okay, komm, äh, wir greifen die 15 an. So, und den möchte ich gerne noch mal kurz mit euch analysieren, ganz ehrlich, den möchte ich noch mal analysieren. Oh, ist das geil! Und da sagt einer, COC macht keinen Spaß, Alter. Auch wenn man verloren hat, auch wenn, also was heißt verloren? Aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt gucken wir mal, also Golly, passt. Finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Mit den Magiern auch. Gucken wir jetzt mal kurz drauf. Also, der Heal hätte weiter drin sein müssen, gebe ich zu, ganz klar. Da war eine Riesenbombe, was mich aber gar nicht weiter gestört hat, passt. Da auch der Heal gesessen, passt. Und jetzt sind sie halt aus dem Heal raus, klar. Da der Rage halt, klar, vom King, dass der halt gleich sagt, gut, okay, komm, Townhall, wir nehmen dich jetzt kaputt und machen dich weg hier. ist in Ordnung. Also, klar, hätte noch ein Mühe besser laufen können, dann wäre es sogar noch ein Two-Star gewesen, ganz klar. Aber, das ist in Ordnung. Das, das passt. Das ist okay. Damit möchte ich euch auch erst mal wieder verlassen. Ich muss nämlich auch gleich wieder auf Arbeit, aber ich wollte euch das erst mal zeigen. Und wie gesagt, ich verstecke mich da nicht. Zwei Prozent haben mir gefehlt, so ist es nun mal. Aber freue mich halt trotzdem, dass das passt. Achso, nebenbei gucken wir uns gleich nochmal kurz an, wie es mit den Mauern ausschaut. Da gehen wir mal auf Layout anpassen und sagen, alles löschen. Wir haben nur noch 18 Mauern, die wir auf 10 bringen müssen. Läuft also auf jeden Fall bei uns. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Ciao, ciao.